was ist los okay der hat die geritten drücken sie für den nahkampf kommt kommt ihnen ein feind zu nahe kann ja ja das erzählst du uns jetzt erst obwohl wir freuen eigentlich schon in die situation eines nahkampfes haben hier richtig voll was hoch ist er nichts dann machst du ich muss das ist echt da oben was da oben ist eh nix junge junge und mal nachladen der typ ist wahnsinnig mitnehmen das ist immer gut mehr war hier nicht ich Ich bitte um eine Versetzung weg von Project Illithia. Ich fühle mich zwar geehrt, Teil eines solch fortschrittlichen Forschungsprojekts zu sein, aber ich fürchte, dass ich meine Pflichten nicht zu vollster Zufriedenheit erfüllen kann. Ähm, danke. Ah ja, hier spricht Dr. Stanton. Mann, 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 Mann. Alter. Bin ganz schön angeschlagen jetzt, ey. Diese Viecher sind aber auch krass, ey. Haben die echt krass gemacht in dem Game hier, ey. Mein fetter Respekt mal da an den, äh, wie heißt der jetzt noch? Ähm, ja. Wenn der Name wieder einfällt, sag ich's. Warum wartest du jetzt hier? Äh, Schnitter. Ah. Ich mach' nicht mehr lange. Kontamination. 68%. Das ist ja echt mal, äh, Heavy Metal. Okay, äh, ladung. Wir haben nur wieder Munition gekriegt. Keine, keine, ähm, sag mal schnell. Rüstung oder sowas. Ach so, äh, Erkennungsmarke. PFCM. Muss man erstmal auf die Anzeige lassen. Hey, dieses hier ist echt. Oder machen wir das Licht aus. Vielleicht irritiert. Das klingt wie so ein abgestaunter Schweiß. Ich mach' nicht mehr lange. Ich bin schon unterm blinken, ja, da. Ja, warum schießt du das nicht? Warum drehst du dich nicht um, du blöder Cowboy. Ey, ist das ein Zahnstocher, ey. Alter, hallo? Ich bin, wo bin ich denn hier? Hagen, ey. Ich hab' nichts mehr gesehen. Das geht manchmal so schnell, ey. Boah, ey. Waffen nach rechts, rechts. Wir müssen auf das Gravitations- damit kommen wir direkt zum Kraftort. Wir müssen auf die Schächte. Er macht nix. Er macht aber auch echt nix. Na, hier drinnen versteckst du dich, du Ratte. Ey. Gibt's nicht, ey. Mit dem Stipp hat nicht. Mach' auf. Mach' auf. Mach' zu. Oh, da muss' ich aber voll drauf halten. Na, wie voll. So, leer. So. Rattenhelge. Ja, voll. Du bist doch doof. Du bist voll. Vorsicht! Decke! Ich sehe einfach Sie! Und dort! Ah! Ich sehe einfach Sie! Ich sehe einfach Sie! Das! Okay. Ich sehe einfach Sie! alter zu machen ist nicht das sonne kann ich doch leben alter du rennst immer wieder weg mit dem schiff hat nicht voll nun allerdings keine ich weiß dass er da unten jetzt stand jetzt kommt es um die ecke geschissen warte bauer jetzt hier noch mal so jetzt haben wir wieder weste voll ich denke gar nicht daran das war schon alleine sein m m m m woher soll ich denn wissen wo du blöder zigeuner da mann 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 er hätte mal gleich los 30 mal mit 6 von 51 wenn wir noch mal schruttflitte nehmen oder vielleicht und mich fragt keiner sagt mal habt ihr sie noch ich habe mich jetzt noch alles alter wow sie sind in der decke schon wieder nicht schon wieder wo kommen die alle weg Sollacko Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins Anschließen. Und mich fragt keiner, sagt mal, habt ihr sie noch alle? Untertitelung. da oben da oben da oben mein erz wo ist er denn da oben da oben da oben da oben Cathy machen wir jetzt hier oben da schlapp also sehe ich nix ich angezeigt dass ich irgendwas machen muss das spiel ist echt mal krass das ist echt mal nicht für leute die mit dieser reaktionsgeschwindigkeit und so weiter richtig erwartet weil das spiel ist recht mal so drauf gesetzt die auch als anfänger zu zeigen aber wir haben es echt drauf das ist ja so drei stück und ich weiß nicht was ich jetzt hier machen soll toll weißt du wieder baum was muss doch hier sein weswegen er hier von der türe stehen habe ich jetzt nicht ein bisschen das wird mir ja so mehr angezeigt da ist auch nicht über einer sagen was ich jetzt hier machen muss das ist die scheiß kabel kommen wir nicht lang ich kann nicht hin kommen wie komme ich denn sonst darüber mach mal zu da ach nix ich habe sie vor ich habe sie vor verstanden die fachdraumtüren schließen sich automatisch also bei Ach du Scheiße. Alle man festhalten! Okay, dann kann man. Das ist die einzige Schiff, Reed. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Schiff gesichert.